Hallo. Hallo. Haben Sie ein Kollege? Ja, klar. Ja. So. Danke schön. Aha. Eine neue Kamera ist da. So, dann packen wir das aus. Eine neue Kamera. Ist da drin. Das kann ich jetzt verraten. Und bei der Paketgröße kann es sich ja nicht um so eine große Kamera handeln. So. Trommelwirbel. Ja, das neue iPhone 13 Pro. Nicht Pro Max. Wieso, weshalb, warum schon wieder ein neues iPhone. Mögen vielleicht einige eingefleischte Zuschauer hier auf dem Kanal denken. Das ist ganz leicht erklärt. Normalerweise hätte ich es mir nicht gekauft. Mein 12 Pro Max funktioniert ohne Probleme. Aber, meiner Freundin ihr iPhone X, da geht langsam, oder was heißt langsam, relativ schnell der Akku zu neigen. Ja. Und aus dem Grund habe ich hier mein iPhone 12 Pro Max abgetreten. Und ich habe mir jetzt das hier. Ihr habt es gesehen. Das ist von Amazon. Ein Warehouse Deal. Gebraucht wie neu. Das waren, glaube ich, jetzt 50 Euro Ersparnis zum Apple-Preis. Oder der ist ja immer noch Marktpreis. Das ist die Version mit 256 Gigabyte. Ja, das Einrichten brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Dann muss ich das Smartphone da nehmen, was hier gerade noch filmt. So sieht es aus. Ich habe es in Blau wieder bestellt. Ist ein bisschen anderes Blau. Ein bisschen mehr Silberblau. Und vom Zustand her würde ich sagen, auf jeden Fall ist das wie neu. Da ist überhaupt nichts dran. Das sind meine Fingerabdrücke schon, die hier auf dem Edelstahlrahmen zu sehen sind. Ja, und dabei ist ja nichts mehr. Ein Ladekabel und ein bisschen Papier. Und das war's. Wie seht ihr das? Wünscht ihr euch da wieder ein Ladegerät und Kopfhörer rein? Meine Meinung ist die. Normalerweise könnten sie das hier auch weglassen. Dieses Kabel. Weil wenn ich mir eh schon ein Ladegerät kaufen muss. Und dann kaufe ich mir auch ein Kabel. Und mit diesen 60 oder 80 Zentimeter, was dieses kurze Kabel hat. Ich kann damit nichts anfangen. Ich glaube, ich habe noch vier, fünf Kabels von den letzten iPhones. Die sind alle noch neu und so. Auch verpackt. Die liegen irgendwo rum in der Kabelkiste. Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen B-Roll Produkt. Und dann war's das schon für dieses Video. Macht's gut. Bye-bye. Danke fürs Zusehen. Euer Gregor. Bleibt gesund. Und... ... 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